Hallo! Ihr habt doch letztens einen Knopf bestellt. Oh nein! Von Handhelp. Ein Notrufknopf. Wenn ihr schon bestellt oder in Zukunft bestellen wollt, könnt ihr erst mal kaufen, bekommt ihr eine Rechnung und dann bei der Krankenversicherung einen Antrag stellen. Kostenerstattung. Das bedeutet, ihr könnt Antragstellengeld zurückbekommen. Es gibt ein Gerichturteil, ein Beschluss, und der bedacht ein Hilfsmittel. Krankenversicherung muss Geld durchgeben. Wenn ihr nachweisen könnt, dass ihr schwerbehindert seid, also ausweich, behörlos, weil das ist ein Notrufknopf, barrierefrei für Gehörlose. Das ist ein roter Vorteil für euch alle. Bestellt den Knopf und dann könnt ihr Geld durchholen. Oben ist ein Link, könnt ihr runterladen, ausfüllen, Name an deine Krankenversicherung, Sozialversicherung und dann abschicken. Klar? Danke! Tschüss! Lass